6048 meter weiter will ich jetzt aber wirklich nicht fliegen wir drehen jetzt um wir könnten wahrscheinlich noch weiter fliegen aber der akku der würde definitiv nicht reichen und jetzt geht's zurück auf direkten wege jetzt ist gott sei dank ein bisschen schatten das war sonst einfach viel zu warm so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020